Werner Zeinzinger ist Landesdirektor für die UVB Allfinanzvermittlungs GmbH. Er ist gesetzlich befugter gewerblicher Vermögensberater und zertifizierter Pensionsexperte. Die Kernkompetenzen liegen im Bereich der Pensionsvorsorge, Eigenheimfinanzierung, Versicherungen sowie Vermögensauf- und Ausbau. Zusätzlich zu einer hervorragenden Ausbildung bieten wir jungen, engagierten Menschen einzigartige Einkommens- und Karriereperspektiven. Die permanente Analyse des Versicherungs- und Finanzmarktes sowie eine laufende Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter ermöglichen es, individuelle Konzepte zu entwickeln, die nur ein Ziel haben, die Erfüllung ihrer Träume und Wünsche. Landesdirektion Zeinzinger. Allfinanz ist einfach besser.